Hey Leute, willkommen zurück zu Die Young. Wir sind gerade auf dem Weg zum Turm, um unseren Freund unbekannterweise zu befreien. Er muss denn noch eingesperrt sein? Was war das denn jetzt genau? Du müsstest da eigentlich schon längst sehen, den Turm hier. Äh, nein. Was ist er denn? Warte mal, wir sind jetzt. Kacke. Der Watchtower, der muss doch... Hm, okay, dann müsst ihr gleich kommen. Auf jeden Fall habe ich den Schlüssel bekommen. Oben auf dem Berg. Auf dem Hightower. Und das Coole ist, ich habe einen Schnellreisepunkt. Heißt, ich kann da auf jeden Fall ganz flott wieder hinkommen. Am liebsten wäre es mir ja, ich hätte einen Wingshut oder sowas. Das wäre natürlich sehr praktisch. Immer. Immer so doofe Karten-Ausschnitte leider. Warum sehe ich den Turm denn nicht? Ich bin bescheuert. Der war doch hier am Strand irgendwo. Oh, eine Snake. Snake! Ach, da ist er doch. Okay, okay. Der ist aber gar nicht mehr so high. Das ist so ein Watchtower, wie ich ihn in Erinnerung hatte, oder? Oder kommt mir jetzt einfach nur kleiner vor? So, Watchtower. Ach, nö, der war so groß nur. Na gut. Kein Problem. Ih. Is a broken key jammed in the... Ah, das ist das... Das ist das zerbrochene Stück, was ich schon habe. Ich hoffe, dem Kerl geht's noch gut. Nicht, dass er auch tot ist. Vielleicht eine Dehidruierung oder sowas. Ich meine, das ist ja die Absicht dahinter. Die fangen die Leute und die haben dann die Möglichkeit, die Prüfung zu bestehen. Und wenn sie es nicht schaffen, sind sie halt tot, ne? Wahrscheinlich kommt es gar nicht erst so weit, wenn er nicht mal aus dem Turm rausklettern kann. Ich meine, nicht jeder kann gut klettern. Das ist ja so eine Sache. Oh, das wollte ich doch gar nicht. Oh, ne Schnur. Ah, okay. Der Taste. Das war ein bisschen komisch. Guck mal, sie ist auch wie ein kleiner Affe. Tap. Und tap. Und tap. Au. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Ist er noch da, Kumpel. Ey. Ey. Oh nein, der hat sich erhängt. Oh Kinder, nein. Das ist der Typ mit dem Meme-Shirt. Oh, du bist doch eine Vollpfeife, Mann. Warum machst du das? Warum? Was gibt's doch nicht? Was? Campfire. Was? Friction Method Bowen Drill. Oh Gott. Dieser Typ. Warum hast du das getan? Oh Gott, ich will jetzt etwa... Was? Das ist nicht viel. Aber... Was? Ich kann damit ein Spiel speichern. Alter Schwede. Ich brauch drei Holz und ein Seil dafür. What? Was ist zum Geier? Oh Mann, du bist doch so ein Honk. Das gibt's doch einfach nicht. Warum? Der hat sich einfach mal das Leben genommen, weil er dachte so... Cool, mich holt ja eh niemand raus. Das ist meine Fresse. Und jetzt? Ja und jetzt? Ne? Äh. Hm. Okay. Ach, genau. Warum hat er das getan? Ich verstehe es einfach nicht. Das wäre es jetzt so schlimm gewesen, wäre er noch ein paar Stunden länger in dem Turm geblieben. Nein, er bringt sich einfach um. Och, gibt's ja einen... Speicher. Okay. Och Mann. Wir haben getan, was wir konnten. Aber sie lässt es leider auch ein bisschen unkommentiert, oder? Ich hatte jetzt gehofft, sie sagt was dazu. Hm, was ist der Hund? Dummer Hund. Was ist der dumme Hund? Ich überlege gerade, kann ich vielleicht den dicken ausschalten? Im Sonnenblumenfeld. Wahrscheinlich eher nicht, ja. Ey. Au. Ich treffe dich nicht. Warum treffe ich die Viecher nicht? Unglaublich. Unglaublich. Wie ich die Viecher nicht getroffen habe. Heiß Messer. Weg damit. So, jetzt mache ich mal ein Feuerchen. Das ist super praktisch, Leute. Sehe ich mir da noch mehr? Ne, ich habe kein Holz mehr, leider. Deswegen gibt es ja auch so viel Holz überall. Na, seht ihr mal. Jetzt kann ich mir doch wieder eins bauen. Ja, so Holz gibt es hier in Massen, seltsamerweise. Ich meine, ja gut, das ist jetzt nichts, was verwunderlich wäre. Aber wenn man überlegt, dass die mit anderen Sachen hier so ein bisschen geizig sind. Ja. Schön einen saufen. Ich erinnere eigentlich an Waffen. Das ist also Waffen, ja. Die man nicht mal als Waffe gebrauchen kann. Das Messer, das ist... Ich verstehe das nicht. Treffe halt einfach nicht. Oh. Rote Bären. Ja gut, da gehen wir nochmal auf den Hightower. Ich meine... Ich hoffe, da geht es weiter übrigens. Ich weiß jetzt gar nicht, wann Schluss ist. Aber dafür werde ich dann wohl... Höchstwahrscheinlich das... Ja. Ja, ja. Da habe ich dann höchstwahrscheinlich das Messer einsetzen müssen, weil... Hat sich schon so angehört, als wären da böse, böse Typen unterwegs. Ich wünschte mir fast schon wieder ein größeres Säckel, wo ich mein Kram reinpacken kann einfach. Habe ich eigentlich die eine Eule mitgenommen? Ne, ne? Die ist immer noch da unten im Versteck. Die Männerfarm. Aber ich würde es irgendwie ganz geil, dass ich jetzt einfach so mal so zwischendurch speichern kann mit einem Feuer. Ist schon ziemlich nett. Um nicht zu sagen, nice. Die wachsen ja schon wieder irgendwann nach, oder? Ich habe das jetzt... Gar nicht verfolgt, was ich überhaupt mitgenommen hatte. Weiß ich gar nicht mehr. So. Einen Trinken. Also eigentlich könnte ich mir jetzt ja ganz schnell noch den... Hm. Oder? Ich kann einfach an das Untere gehen. In dem Fall die Stone Pillars. Dann kann ich mir ganz schnell die Eule holen und dann gehe ich wieder hoch später. Ich muss heute nur den Schnellbereisepunkt wieder erreichen. Am besten irgendwo im Olivenhain. Oder wisst ihr was? Den Hightower heben wir uns für ganz zum Schluss auf. Ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, ich weiß, aber ich möchte es sehr gerne, sehr gerne eigentlich noch das mit dem Fisch machen, dass ich dem Alten das Buch bringe. Mal sehen, was passiert. Wenn es der Fisch ist. Oh, ich denke schon, oder? Ich glaube, ihr habt da schon recht. What? Ah, hier. Ne, 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 ne. Da müsste es sein, ne? Das ist aber wieder so ein frecher Typ mit der Armbrust. Oder nicht? Ne, das war hier gar nicht. Huch! Was war das denn mit der... Mit den Pisspagen da? Wie gesagt, jetzt, weil ich den Schnellbereisepunkt habe, ist alles super easy. Easy peasy. Oh, ne. Aber nicht hier. Da. Was ist das jetzt richtig? Sehr gut. Ach, kann ich jetzt immer zwei? Dass ich irgendwann mal verpasst, dass ich das jetzt kann, oder wie? Ne, warte mal, hier war die Eule auch nichts. Oder? Doch. Irgendwo hier war es doch. Au. Ich bin gerade so verwirrt. Oh. Bote Schlange. Das war ich. Hallo? Doch, hier ist es, glaube ich. Der blaue Pfeil war es. Moment. Es ist gerade wieder ein bisschen laut heute, ne? Es nervt mich gerade etwas, leider. Oh nein. Mit ihr nichts für. Hier. Ja. Hier ist die Eule. Jawohl. Sehr schön. Ich weiß halt echt nicht, für was die Eule gut sein soll. Was? Die Schrauben habe ich doch gerade erst gebaut? Oder nicht? Jetzt mal ernsthaft. Die ist schon fast wieder... Was? Ne, das muss doch ein Fehler sein. Die habe ich... Die habe ich jetzt erst benutzt vor kurzem. Das erste Mal, ne? Habe ich mich... Habe ich... Habe ich mich irgendwie getan? Mal wieder. Dass ich was verpeilt habe und weiß es nicht mehr. Ich dachte eigentlich auch, dann hätte ich nicht getötet. Naja. Hey. So. Guck mal, das ist wieder... Alles klar. Cool. Schon wieder was Neues freigeschaltet. Also eine Abkürzung in dem Fall. Habe ich schon erwähnt, dass es heute sehr laut ist? Leider etwas sehr anstrengend. Gut. Ich sollte übrigens nicht mit einem Messer rennen. Ich meine, im Prinzip ist es hier zumindest egal. Aber in Wirklichkeit wäre das keine gute Idee jetzt. So, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz gucken. Wo ist der Fisch? Wo ist der Fisch? Wo ist Mr. Fish? Warte mal. Docks. Da. Collector. Gut. Der Fisch war das hier, glaube ich. Ah, wo ist der? Coldest breath. Coldest death. I have no breath. No, no thirst. And yet I drink. Ja, stimmt. Das ist der Fisch. Ich bin so doof. Huh. Collector's diary. Find the diary. Find the diary to the collector. Ich meine, das hier ist der Fisch. Ich weiß nicht nur gerne, was das hier alles sein soll. Ist das ein Fluss oder was? Stormpillers. Hightower. Das müsste der Weg sein. So, da ist ja die Dock. Was ist das für eine grüne Markierung eigentlich? Okay, ich versuche es nochmal kurz. Ich versuche da nochmal kurz hinzukommen. Muss der dann eigentlich hier irgendwo sein, oder nicht? Ich habe aber leider noch keinen Fischstein gefunden irgendwo. Die verstecken sich immer so, diese Steine. Ah, warte mal. Ne, da ist der Kringel. Okay, also hier muss es irgendwo sein, weil da ist alles grün markiert. Warte mal, ne. Du hast der Kringel. Ja, was? Okay, das ist dann noch ein bisschen weiter südlich, als ich dachte eigentlich. Da bin ich jetzt gerade hier auf der Seite noch. Okay. Wie gesagt, viel weiter südlich, als ich dachte, ist das dann. Na gut, das mache ich eben mal schnell. Das heißt, wenn ich da rüberkomme. Alter. Schaffe ich das? Ne, das schaffe ich nie. Ich muss über die Brücke. Na gucken, das muss gut werden. Gut. Das habe ich nämlich auch keine Ahnung. Na. Toten Ratzkis. Da ist auch alles rumliegt. Oh, das war... Ne, warte, das ist noch Wasser. Was? Warte mal, habe ich hier so viel übersehen? Nein. Oh, Glover's Necklace. Das geht's doch gar nicht, habe ich das übersehen? Ich weiß nicht mal, wie viel Zeit vergangen ist, seit wir gekidnappt wurden. Wir wollten einfach nur etwas entspannen an einem ruhigen Ort, bevor wir zurück nach Spanien gehen, um unser Lieblingsteam beim Spiel zuzusehen. Stattdessen bin ich hier auf dem Grund eines Brunnens aufgewacht, getrennt von meiner Frau. Ich habe sie seit Monaten gesucht, aber ich habe es nicht geschafft, sie zu finden. Ich denke, sie haben sie getötet. Ähm. Was? Leia, meine Liebe, vergib mir, oder meine Geliebte, vergib mir, dass ich es nicht geschafft habe, dich zu verteidigen. Ich werde entkommen und es ist jetzt egal, aber ich werde wiederkehren und diese ganze Insel auf den Niedermachen quasi, ja. Ich habe ein Boot gefunden und ich habe es an einem Küstenstück versteckt. Westlich vom Hightower. Aha. Ich hätte den Anweisungen dieses Verrückten folgen sollen, die er mir über das Walkie Talkie gegeben hat, aber ich soll verdammt sein, wenn ich, wenn ich, wenn ich seinem, wenn ich seinem Willen nachgebe. Die Ausländer verdienen das nicht. Wenn du das hier liest und du bist ein Ausländer, dann sei mutig und gib nicht auf. Wenn du einer von diesen, von denen bist, dann andate a la mierda. Ja, da bist du scheiße. Ungefähr. Andate a la mierda. Du bist ein Stück scheiße, glaube ich. Da frisst scheiße. Irgend so was. Oh nein. Ich schau wieder. Snake. Sie sieht nicht, aber sie sieht mich. So, jetzt gehen wir erst mal zu diesem bescheuerten Stein hier. Und das ist jetzt mein Anhaltspunkt. Hm. Könnte das was mit dem zu tun haben, was der alte Mann mir gegeben hat? Ach man. Hätte er nicht noch ein bisschen länger aushalten können. Äh. Wo haben wir das jetzt? Kollektor, Kollektor, Kollektor. Nicht bescheuert. Da. So. Wir gehen jetzt einfach hier an der Klippe entlang. Und irgendwo am Ende der Klippe, rechter Hand, ist dann der Fisch. Oder Brunnen, habt ihr gesagt. Könnte es ja auch sein. Habt ihr auch recht. Aber Atem kalt wie der Tod, das passt auch nicht zu einem Fisch, oder? Weiß ja nicht. Oh, das könnte wehtun. Nee, mach ich lieber nicht. Den Weg runter finde. Oh nein. Geh mich auf den Sack. Lass mich. Okay, da ist der Kringel. Da bin ich richtig. Da geh ich weiter rechts. Boah, diese dummen Schlangen hier überall, ne? So, da ist der Geistbock. Und hier muss dann der Fisch sein irgendwo. Oh, das geht's doch nicht. Was ist denn dieser Dumme? Ich verstehe jetzt nichts. Wo ist der Fisch? Da unten? Nee. Dry Riverbed. Oh Gott, das sind Wölfe. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh, du scheiß Vieh. Oh nein. Oh, dieses Mistvieh. Was ist denn von mir? Ah. Oh, ich bin wieder beim alten Mann. Super. Ah, toll. Ist der hier hoch? Nee, guck mal. Der traut sich nicht hier hoch. Na. Komm. Ah. Nei. Nein. 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 Du bist Vieh. Nicht weglaufen jetzt. Nein, nein, nein. Na, hast du Bock? Nochmal eine. Es reicht. Es reicht. Ihr Kackviecher. Ernsthaft. Kein Bock auf euch. Es lohnt sich das wenigstens mal was zu craften hier. Äh, die Schaufel dahin. Oh, das ist etwa noch ne Schlange. Ich hör wieder was, ne? Ach du Scheibenkleister Mensch. Warte mal. Okay, Collector Starry. Moment. Hier ist die Hütte. Da ist das Wasser. Äh. Warum gehst du denn nicht auf die Docks? Hier ist das Wasser. Genau gegenüber davon wisst du eigentlich. Blöder Hund. Blöder Wolf. Hab ich nichts getan. Ihr seid gemein zu mir, ne? Hast du davon? Oh. Sehr gut. Okay, aber wir kriegen das jetzt hin. Die Minute nehm ich mir jetzt noch. Die Musik auf einmal so. Lillillillillit. Brrrrrr. Brrrr. 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 Wenn das jetzt das nicht ist, dann weiß ich ja auch nicht. Ah, wir haben es. Gut, ihr habt recht. Es war der Fisch, natürlich. Es war natürlich der Fisch. Äh, äh. Gut, da rede ich jetzt noch ganz schnell zum Alten. Guck mal, ich habe einmal was ausgebuddelt. Die Schaufel ist fast schon kaputt. Unglaublich, ne? Na gut, dann hebe ich mir die halt jetzt auf. Aber gut, das mit Material ist mittlerweile jetzt... Oh, was? Gar nicht mehr so das Problem. Oh, Alterchen, wenn ich jetzt nicht was Schönes von dir kriege, wäre ich leicht grantig. Ah, nee. War nur Spaß. Äh, hier, ich habe dein Tagebuch. Oh, das ist wundervoll. Danke. Das war nicht eine einfache Redo, um zu lösen. Du bist clever. Hier, für deine Probleme. Ähm. Danke. Was ist das? Was ist das? Ein Werkzeug. Ich habe immer noch Venom aus den Schnecken erhebten. Und kannst du mir noch was geben? Kannst du mir nicht mehr was geben? Let's see. I collect ancient artifacts from this island. Why? Because I need them for... Actually, that's my business. Anyways. I'm looking for idols in the form of an owl. Have you by any chance found one? Ähm, ja, in der Tat. Nee, wo kann ich sie denn finden? Where can I find them? Around the island, possibly near the ancient ruins or maybe in some remote ravines. A botanist, who lived here, used to find them for me. But it has been days since he has last shown up. Patience. Na gut, hier. Ja, I should have one of them. Really? Well, we could make a trade. Okay, warte mal. I have to go now. Come whenever you want. Ja, ja, ja. Oh, was ist das denn hier? Should I wash my hands after using it? Collect Venom Drops from Snakes. Ah. Alles klar. Und jetzt kann ich Poison Blade Lethal. Okay. Ich kann jetzt tödliches, tödliches Gift herstellen. Das ist ja super. Alles klar, Leute. Da werde ich mein nächstes Mal ein paar Schlangen jagen. Ich werde gleich nochmal mit ihm quatschen, weil sonst wird das zu lange hier. Danke fürs Zusehen, danke fürs Bewerten und wir sehen uns zu Dayang. Bis dann.